Herzlich Willkommen zu Swiss eSports Weekly. Diese Woche geht es unter anderem um die SESL Relegations, Butterland und wir haben euch das Programm von GameCity. Letzte Woche haben wir die Ergebnisse der Swiss eSports League Finals in Rocket League CSGO und Hearthstone gebracht. Diese Woche geht es um die Relegations. In Rocket League darf sich SBG freuen. Sie steigen direkt auf die Premier Division. Einen direkten Abstieg gibt es für das Team SIR. Und in den Relegationsspielen mussten Elvets und Equinox. Elvets gewinnt mit einem ultra knappen 3 zu 2 und kann somit in die Premier Division bleiben. In Hearthstone direkt aufgestiegen sind Kaiser Sosa und Schokominou. Direkt abgestiegen sind Chicken und Fonduzienne. Und durch die Relegationsspiele aus der Premier Division verabschieden sich jetzt Hadek und Legolas. Wir begrüssen jetzt aber neu den Rupflin und Dragon Spirit. In CSGO direkt aufgestiegen sind Erased No Way For You. Direkt abgestiegen sind Groomers. Im Relegationsspiel haben sich Swiss Finals und Ninja Surf gegeneinander gemessen. Swiss Finals kann danke noch 2 zu 0 in der Premier Division bleiben. Zum sechsten Mal hat am Samstag im Mediamarkt in Oftrigen ein Qualifier-Stag gefunden für die Schweizer FIFA-Meisterschaft. Und die Frage aller Fragen, die wir uns gestellt haben, schafft es der Pochinger? Und St. Gallen-Fans dürfen happy sein. Sandro qualifiziert sich im Finale zusammen mit Leandro Curti. Mein Online-Qualifier gewinnt Michael Fournier vom FC Sion. Ich bin von Donnerstag bis Sonntag an der ausverkauften Butterland in Lütterkoffe gewesen. Ich habe ein bisschen Interviews für Hartzong gemacht, habe natürlich selber ein bisschen gezogen und bin vor allem prächtig unterhalten worden. Am Freitag hat es Live-Cosplay-Action mit Lichtspielen, lauten Schreien und so weiter gegeben. Am Samstag ein Live-Konzert. Ihr seht, Butterland verdient ihren Ruf auf jeden Fall als Halbplan-Halbfestival. Wir werfen aber einen Blick auf die Top-Turniere. In League of Legends haben die Bullyhunters gegen E-Conflict mit 2 zu 0 gewonnen. Im CSGO-Finale haben wir ein Rematch aus der Vorrunde. Und zwar spielt dort ein Size Matters gegen den Goon Squad. Size Matters gewinnt und nimmt 1'000 Euro. Im Hearthstone-Finale sind sich der Strike-Creeper und Karomizu gegenübergestanden. Karomizu hat zwar gewonnen, aber das Preisgeld haben sie unter den Top-4 gleichmässig aufgeteilt. Die PUBG-Runden wurden komplett vom Team above dominiert. Und eine Nintendo Switch hat es für diesen jungen Mann gegeben, der mutig am Sonntagmorgen auf der Bühne «My Heart Will Go On» von Céline Dion a cappella gesungen hat. Den Clip findet ihr sicher noch auf Social Media. Nach sechs Jahren geht für den SCSF ein Erratsende. Jetzt sein Präsident, der Vincent Kögler, macht eine Pause und wird sich auch nicht mehr als Kandidat zur Präsidentschaft zur Verfügung stellen. Am Schweizer eSportverband bleibt er als Member und Beratende Kraft weiterhin zur Seite. Auch im internationalen eSportverband, dem ISF, wird er weiterhin tätig bleiben. An dieser Stelle wollen wir Vincent vielen Dank für seinen unermüdlichen und tollen Einsatz für die Schweizer eSport-Szene. Du hinterlässt grosse Fussstapfen. Vom 18. bis 21. April verwandelt sich Seal City in ein Mekka für eSport-Fans. Wir haben uns volles Programm von der GameCity. Die GameCity startet am Mittwoch am 9 Uhr mit jeder Menge Innovetica. Ihr könnt entweder online spielen oder mit einer physischen Karte. Nach einem Tag Ternieren gibt es dann am 60. April Innovetica Masters Qualifier. Dann könnt ihr euch für die Finale qualifizieren. Am Donnerstag könnt ihr den ganzen Tag zusammen mit dem Mediamarkt diverse PC-Peripherie ausprobieren. Zu gewinnen gibt es auch etwas. Und wir haben unsere Live-Redaktionssitzung vor Ort. Kommt also vorbeigehen. Der Freitag darf die FIFA-Zocker unter euch auf keinen Fall verpassen. Mit dem WeRunZürich kann man sich nämlich auf einem virtuellen Rasen messen und Besucher herausfordern. Auch hier gibt es etwas Gewinnen und zwar im Gesamtwert von 1'000 Franken. Am Samstag findet dann das grosse Highlight dieser GameCity statt. Nämlich die SSL Season Finals von League of Legends und Overwatch. Die werden live im Folium ausgedreht. Das ist gerade neben dem Mal. Ausserdem hat es diverse eSport-Teams vor Ort, die ihr mit euren Fragen löchern könnt. Wir sehen uns dort. AKs, Raketenautos, Monsterkarten und Blümchen. Die SSL hat die Spring-Season angekündigt. Die neue Saison für Rocket League, Hearthstone und CSGO startet am 29. April. Anmelden könnt ihr euch wie immer auf www.ssl.com. Wer nicht so lange mag auf die Spring-Season der SSL warten oder allgemein lieber ein eintägiges Turnier mitspielt. Für den haben wir ein weiteres KF-Stone. Die fünfte Ausgabe des Hearthstone-Turniers findet am 22. April im Café Île in Bül statt und steht ganz unter dem Jahr des Rabens. Die Fantasy Basel sucht auch dieses Jahr nebst dem FIFA-Schweizer Meister und dem Innovetica-Master die besten Schweizer E-Sportler in League of Legends, Overwatch und Rocket League. Während der Gaming-Masse vom 10. bis 12. Mai wird es an den Swiss Gaming Challenge Turnieren in Overwatch, Rocket League und League of Legends geben. Der Gesamtpreis beträgt 10'000 Franken und anmelden könnt ihr euch ab sofort auf www.swissgamingchallenge.ca. Alle Augen waren dieses Wochenende auf Manchester gerichtet. Dort hat Stefan Bär an den Playoffs für den FIFA E-World Cup mitgespielt. Leider hat Stefan nur zwei von fünf Spielen gewonnen und das Entscheidungsmatch ist ultra knapp ausgefallen. Das hat leider das alles für einen Schweizer in den Playoffs bedeutet. Aber nächstes Jahr reisst du es. Vielen Dank fürs Zuschauen. Denk dran, wir machen jede Woche neue Videos. Und wenn du mehr über die Schweizer E-Sport-Szene schützen willst, dann gehst du am besten auf eSports.ch. Der Streamer der Woche ist der Swiss Pact. Er spielt die erste Linie Nintendo-Titel, ganz oft Pokémon. Checkt ihn auf jeden Fall mal aus und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss zusammen. eSports.ch Powered by UBC Powered by UBC Powered by UBC und wir sehen uns nächste Mal aus. Vielen Dank.